In diesem Video zeige ich euch einige verwunderliche Szenen. Ob diese real sind oder gestellt, entscheidet ihr am besten selbst. Der Mann in diesem Video wird scheinbar von einer mysteriösen Kreatur überrascht, während er offenbar im Auto sitzt. Man weiß nicht genau, ob er den Fehler selbst begeht und das Auto verlässt, als sie auf ihn zurennt oder ob aus dem Auto gezerrt wird. Dieses Video gab es bereits einmal auf diesem Kanal zu sehen. Diesmal allerdings in Qualität, die wesentlich besser ist. Die Freunde des Mädchens, welches von zwei Männern angeschrien wird, scheint sich derart bedrängt zu fühlen, dass sie spontane telepathisch-psychokinetische Energie freisetzt. Offenbar ist sie selbst über ihre Fähigkeiten verwundert. das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Die Musik. Die Musik. Die Musik. Ich bin jetzt hier. Hey, ich habe mich nicht gesehen. Hey, ich habe mich nicht gesehen. Hey, ich habe mich gesehen. Hey, ich habe mich gesehen. Hey, ich habe mich gesehen. Diese Szene beginnt, wie viele es aus dem eigenen Leben kennen. Man trifft sich mit Freunden zum Grillen. Einer hat eventuell eine Kamera dabei und nimmt alles auf. Doch die plötzliche Wendung kommt mit einer unbekannten Kreatur, das für mich persönlich einem Gremlin sehr ähnlich sieht. Das folgende Video war für mich eines der gruseligsten. Dann kam mir ein Gedanke. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Schreibt mir mal in die Kommentare dazu. Was denkt ihr, was in dieser Szene passiert sein könnte? Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020